Bussetti will reden. Also nicht mit mir, glaube ich. Ich bin, glaube ich, zu problematisch. Aber über das Channel möchte ich sie reden. Und über Alicia Jo. Deswegen schauen wir rein. Let's go. Bock auf ein Kuchen-TV-Video? Herzlich willkommen zur Bussetti-Late-Night-Kommentarspalte. Ich habe keine Lust. Am Sonntag gab es eine neue Folge von Bussetti-Late-Night. Und ich kann jetzt schon mal zum Einstieg sagen, dass es bis zur nächsten Folge zwei Wochen länger dauert als sonst. Oh, da bin ich aber wirklich sehr traurig. Oh nein, was soll ich nur tun? Zwei Wochen länger, bis die nächste Folge Bussetti-Late-Night kommt. Ich glaube nicht, dass ich das überleben werde. Und am 9. Juni pünktlich zur Europawahl. In der letzten Folge habe ich, inspiriert von meinem großen Vorbild Markus Söder, über das Gendern gesprochen. Und ich hätte ja nie gedacht, dass Leute darauf Kommentare schreiben würden. Ich dachte, nee, darüber regt sich bestimmt niemand auf. Aber naja, so ein, zwei Kommentare gab es... Witzig. Versteht ihr, das ist Humor. Sie sagt das Gegenteil von dem, was sie denkt. Äh, lustig. Bussetti, du bist wirklich sehr, sehr witzig. Und danke für den Follower. Vor allem hat Alicia Jo, die ja neben Luise F. Pusch im Talk zu Gast war, ein Reaction-Video zu der Folge gemacht. Die Folge war 45 Minuten lang. Ihre Reaktion darauf war zwei Stunden lang. Damit meine Reaktion jetzt nicht über fünf Stunden lang wird, nur ein paar kurze Punkte. Alicia sagt an zwei verschiedenen Stellen, ich habe die mal zusammengeschnitten, weil sie sich ergänzen, das verfälscht die Aussage nicht, das hier. Wenn es sehr, sehr viele Indizien dafür gibt, dass die Gendersprache an sich nicht wirklich viel Progression in der Gesellschaft hervorrufen wird. Wenn es sehr, sehr viele Indizien dafür gibt, dass das konsequente Nutzen davon nicht möglich ist. Und wenn es vor allem sehr, sehr viele Indizien dafür gibt, dass es totalen Aufwünsch hat... Bussetti macht jetzt auch Reactions. Ja, genau das hat uns doch noch gefehlt, oder? In der Medienlandschaft. Also wenn jetzt eine Sache noch gefehlt hat, wenn wir dachten, irgendwas fehlt noch in unserer Medienlandschaft, dann war es Sarah Bussetti, die Reaction-Videos auf YouTube macht. Warum ist niemand früher darauf gekommen? Es fehlt einfach noch als kleines... Es fehlt einfach noch so ein kleines Stück in der Menschheit. Und das war Reaction-Videos von Sarah Bussetti auf YouTube. ...haft bei den Leuten, die sich dagegen positionieren. Warum lässt man es dann nicht? Man muss diesen Rechten und Rechtsextremen, ich sag's einfach so, diese Butter vom Brot wegnehmen. Und man darf die nicht die Debatte alleine führen lassen. Ich lass mal die ersten beiden Thesen raus. Also wird nicht zu Fortschritt führen und konsequente Nutzung ist nicht möglich. Ach so, ja gut. Wir lassen die Hälfte vom Argument raus. Und nehmen dann nur die Sachen, die wir angreifen können. Besser. Ich glaube, beides wissen wir noch nicht. Und weil ich den dritten Punkt viel interessanter finde. Wir müssen den Rechten die Butter vom Brot nehmen. Ich finde den anderen... Müssen wir nicht. Sie hat Rechtsextreme gesagt. Rechte und Linke voll cool. Rechtsextreme und Linksextreme nicht so cool. Das ist ein Ansatz ehrenwert, aber ich glaube, er verkennt, was die Rechten und Rechtsextremen dann tun würden. Sie würden politisches Kapital daraus schlagen, es den Woken und Linken so richtig gezeigt zu haben. Denn ihr Kerngeschäft ist ja nicht das Gendern. Auch nicht Migration, wo ja auch immer wieder versucht wird, ihnen die Butter vom Brot zu nehmen, indem man ihre Positionen kopiert. Auch nicht EU-Kritik, auch nicht deutsche Erinnerungskultur. All diese Themen sind Stellvertreterthemen, die ihr Kerngeschäft möglich machen. Politisches Kapital schlagen. Habe ich gerade richtig verstanden, dass Rechte politisches Kapital schlagen möchten? Im Gegensatz zu Linken, oder was? Also, ich weiß ja nicht, aber in der Politik möchte doch eigentlich jeder Erfolg haben, oder? Also, politisches Kapital schlagen ist nichts, was exklusiv rechts ist. Linke wollen kein Geld, genau. Aber es geht ja um politisches Kapital, also politische Macht, oder? Ja, deine Kritik an der Debatte, die teile ich, deshalb habe ich in der Sendung ja auch immer wieder angesprochen, dass einfach alle genervt sind von dem Thema. Aber lass mal machen, was die Rechten wollen, dann wissen sie nicht weiter, ist eine Strategie, die schon zu oft gescheitert ist. Dann spricht sie diese viel und auch von mir zitierte Studie an, die gezeigt hat, dass sich Mädchen weniger in männlichen Berufsbezeichnungen wiederfinden. Man hat einmal gesagt, kannst du dir vorstellen, Lehrer zu werden? Und dann hat man gesagt, kannst du dir vorstellen, Lehrerin zu werden? Natürlich, in einer Gesellschaft, in der wir schon seit Jahren und Jahrzehnten diese Movierung haben mit dem In, In, natürlich denken Mädchen dann eher, ja, also in, das ist ja irgendwie Lehrerin, dann kann ich eher Lehrerin werden. Das ist Teil des Problems, weil eine Frau, die Lehrer ist, sollte auch als Lehrer angesprochen werden. So einfach ist es, dann gibt es diese Verknüpfung nicht mehr. Weil das natürlich schon fest im Kopf ist. Aber genau das ist es doch. Es zählt, was in den Köpfen der Leute, in diesem Fall der Kinder, passiert. Das ist kein Bias, sondern der Kern des Problems. Hat sie es verstanden? Also, Alicia Jo hat in deiner Sendung schon erklärt, dass sie möchte, dass die generisch-maskuline Form einfach die generische Form wird. für, und auch für quasi einzelne Frauen angewendet wird. Diese Frauen sind Lehrer. Nichts Lehrerinnen. So. Aber wenn du jetzt darauf eingehst, dass es um die Köpfe geht, dann hast du nicht verstanden, was der Punkt war, den Alicia Jo machen wollte. Jetzt bräuchten wir Chases mit seinem Knopf hier. Ah, das ist ein Strohmann. Ich finde es interessant, dass wir dasselbe wollen, du aber den Weg kürzer findest, zu sagen, lass uns das nehmen, was sprachlich schon da ist und die Sicht in unseren Köpfen darauf ändern. Und ich den Weg kürzer finde, zu sagen, lass uns das nehmen, was schon in den Köpfen passiert und die Sprache daran anpassen. Das sind, das will ich nur mal betonen, weil ich in den Kommentaren auch schon wieder Lagerbildung wahrnehme, zwei legitime Sichten auf ein Problem. Und in der Sendung habe ich eine Straßenumfrage gemacht, in der sich verschiedene Leute gegen den Genderstern aber für die Beidnennung, also zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, ausgesprochen haben. Nee, Beidnennung ist Schrott. Wir schaffen die weibliche Form ab. Und optional dann Frauen zurück in die Küche. Äh, ich meine natürlich... Äh, ich meine natürlich nicht. Alicia Jo sagt dazu... Ich glaube, kaum einer findet es normal, die weibliche Form zu nennen in einem ganz normalen Gespräch. Also bei einer Anrede in einer Rede dann vielleicht, aber keine Sau macht die Beidnennung in einem normalen Gespräch. Kann natürlich sein, dass die Leute, mit denen ich da gesprochen habe, das nur in den zahlreichen Reden tun, die sie täglich halten, aber angesichts der... Sollte das lustig sein? Ach. Okay, warte, 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 warte. Bei was können wir das nutzen? Also, glaubt Sarah Busetti jetzt wirklich, dass Menschen sagen, die Lehrer und... Nee, die Lehrerinnen und Lehrer sollten mehr Gehalt bekommen. Glaubt sie, dass das etwas ist, das Menschen im normalen Sprechfluss tun werden? Wenn wir einfach nur Lehrer draus machen, dann brauchen wir das nicht. Das ist so einfach eigentlich. Vorhandenen Evidenz ist das ja erstmal eine haltlose Unterstellung. Also wenn sie gerade gesagt haben, ich bin dafür, zu antworten, glaube ich nicht, das macht doch niemand, weiß ich nicht. Wobei ich, ich betone das nochmal, ja großer Fan von inkonsequentem Gendern bin. Du kannst also zu Hause auf dem Sofa von Busfahrern reden und... Warum bist du ein Fan von inkonsequentem Gendern? Wenn ich dann zu Hause auf dem Sofa einmal von Busfahrern rede und einmal von Busfahrern... Innen... Sorry, sorry, ihr musste das gerade ertragen. Sorry, ich entschuldige mich. Aber dann denkt man doch, wenn ich das eine Mal nur Busfahrer sage, dass ich dann nur Männer meine. Weil das würde das implizieren, wenn ich sonst immer beide nenne. Der Trick sollte doch viel eher sein, dass Busfahrer für beide steht. Ist doch viel einfacher. So hat man immer gesprochen. Ich glaube, die... Ich glaube, actually viele alte Leute haben das auch so angewendet. Ja. Also in der DDR zum Beispiel war das ganz normal. Da hat man die männlichen Berufsbezeichnungen auch für Frauen benutzt. Und somit ist die ganze Problematik weg. Am nächsten Tag im Büro von Taxifahrerinnen und machst damit aus meiner Sicht überhaupt nichts falsch. Und dann kam das hier. Man denkt sich doch einfach nur wirklich so... Lol, ich muss meine Miete nächste Woche bezahlen. Ich muss einen Arzttermin kriegen und krieg seit Monaten keinen, obwohl mir mein Rücken wehtut. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, wenn mein zweites Kind zur Welt kommt und dann nur noch einer von uns beiden arbeiten kann. Wie sollen wir unsere Nebenkosten auf einmal finanzieren? Jetzt, wo die Heizkosten doppelt so teuer sind. Und dann sieht man im Fernsehen, wie einfach drei Frauen darüber diskutieren. Hast du gerade gegendert? Ja, ich habe... Ey, es war ein Zitat, okay? Also ich finde, ich finde... Man darf... Ich finde, das sollte man mal drüber reden, drüber diskutieren. Darf man in Zitaten gendern? Oder darf man zum Beispiel... Ähm... Ja, darf man, um es exemplarisch zu machen, darf man dann gendern? Können wir so ein bisschen wie die N-Wort-Debatte, ob du das zitieren darfst und so weiter. Wie man denn jetzt die Sprache gerechter machen kann? Ja, und das ist okay, weil das eine das andere nicht bedingt. Wir können ja als Gesellschaft über unterschiedliche Dinge reden, nacheinander oder sogar gleichzeitig. Und man kann so ziemlich jeden intellektuellen, politischen oder philosophischen Diskurs damit abtun, dass die Leute wichtigere Probleme haben. Das ist auch meistens wahr. Aber ich glaube, es ist schon in Ordnung für die Leute, dass es nicht nur Fernsehsendungen darüber gibt, wie man seine Miete bezahlt. Manchmal muss man zur reinen Entspannung auch mal so fröhliche Dinge tun, wie über das Gendern diskutieren. Abgesehen davon... Das ist aber lächerlich. Das Problem ist ja, dass die Öffentlich-Rechtlichen sehr viel sich mit diesen Nonsens-Themen beschäftigen und meistens dies auch auf eine sehr einzigartige Art tun und sich ein Großteil der Bevölkerung davon nicht abgeholt fühlt. Ja, es gibt wahrscheinlich diese 10 bis 20 Prozent, die Sarah-Bosetti-Fans sind. Und dann gibt es halt noch den Blinddarm der Gesellschaft an Menschen, die nicht gendern. Und die fühlen sich dann von den Öffentlich-Rechtlichen nicht sonderlich abgeholt, wenn da die dritte Sendung am Tag übers Gendern läuft. Und meistens aus einer Sicht. Also ich weiß nicht, ob es da auch mal ein Gegenprogramm gibt, aber meistens eher nicht. Davon, dass es ja meist schon einen Zusammenhang gibt zwischen den intellektuellen, politischen oder philosophischen Themen und den konkreten Problemen wie Rückenschmerzen. Ich will jetzt nicht sagen, dass du durchs Gendern schneller einen Behandlungstermin bekommst, aber hast du es schon mal probiert? Meinem Ernst, der Weg zu einer gerechteren Gesellschaft führt im besten Fall schon auch dazu, dass alle Zugang zu ärztlicher Versorgung haben. Da mag es keinen direkten Link zum Gendern geben, aber es sind auch keine Gegensätze. No way, es gibt nicht Bussetti-Fans. Natürlich gibt es auch nicht Bussetti-Fans. Wer sollte denn sonst der Blinddarm der Gesellschaft sein? Letztes Zitat, auf das ich gerne antworten möchte. Es ist krass, wie sehr sich diese intersektional-feministischen Bewegungen, nenne ich sie jetzt mal, um nicht schon wieder woke zu sagen, sondern in dieser Richtung, es ist wirklich krass, wie die sich im Laufe der Zeit und im Laufe einer Entwicklung, um eine Debatte, immer anfangen, selbst zu zerfleischen. Da ist mir das mal aufgefallen, weil es versuchen immer Einzelne in der Bewegung, noch progressiver, noch besser, noch gerechter zu werden. Und dann kommt es auf einmal so zu kämpfen, so innerhalb von... 10% Bussetti-Fans? Ja, ich glaube schon, 10% finden die überdurchschnittlich. Finden die... Ich glaube, 10 bis 20% könnten sich ihre Sendung anschauen, ohne dass man sie vor dem Fernseher fest... fesseln muss. Die Fans sind wahrscheinlich nicht super spannend, aber die würden nicht wegrennen. Und... die würden nicht... sofort das Gefühl bekommen, dass sie ihren Fernseher zerschlagen müssen. 10 bis 20% unserer Gesellschaft ist verloren. Der Bewegung? Also das ist mir da total aufgefallen, weil jetzt finde ich persönlich gleich in dem Gespräch, Luise Pusch, so ein wenig... Ja, fast schon irgendwie rausgedrängt wird. Moment, das ist eine unfaire Kritik. Also das mag ja passieren, aber wieso an der Stelle und wieso in der Sendung? Denn das sagst du in dem Moment, in dem ich anspreche, dass sich cis-Frauen und non-binäre Menschen auf keinen Fall gegeneinander ausspielen lassen sollten. Dass sich also die marginalisierten Gruppen nicht selbst zerfleischen dürfen. Es ging gerade darum, dass... Das war so lustig. Also, wie ist die Interessante? ...lassen sollten, dass sich cis-Frauen und non-binäre Menschen denn das sagst du in... Also das mag ja passieren, aber wieso an... rausgedrängt wird Luise Pusch so ein wenig... Luise Pusch ist hier. Das Lustige war, dass Busetti, diese pro-Gendern-Frau, Luise Pusch, als Professor, Doktor, sonst was und so krasse Feministin und die hat Ahnung und die es wirklich krass vorgestellt hat. Dann droppt die auf einmal so, es gibt ja auch nur zwei biologische Geschlechter. Und Busetti so, ah, ist nicht Thema heute Abend. Ne, dürfen wir nicht drüber sprechen. Sorry, wir reden heute über das Gendern. Ey, wir wollen ja nicht gegeneinander ausspielen. Ne, ne, ähm, wenn, wenn, wenn wir über Geschlechter reden, dann laden wir jemanden ein, der nicht qualifiziert klingt. Weil, wenn der dann behauptet, es gibt zwei Geschlechter, dann glauben das noch Leute und das ist ja ganz klar die unwissenschaftliche Behauptung und so weiter, deswegen nicht machen. Nicht selbst zerfleischen dürfen. Ist es nicht wieder einer dieser Fälle, in denen marginalisierte Gruppen gegeneinander ausgespielt werden? Nein, es geht darum, dass die, dass die Feministinnen einer vorigen Welle gegen euch jetzige Feministinnen, Feministinnen-Seite sind, weil ihr anfangt, den Feminismus zu verwässern. Deswegen bezeichnet ihr diese Alt-Feministinnen als TERFs und so weiter. Das ist der ganze Punkt. Es darf nicht zu einem Kampf zwischen Frauen und nicht-binäre Menschen werden. Nein, aber ihr kämpft gegeneinander. Alt-Feministin versus Neu-Woki, das ist der Kampf. Das darf nicht passieren. Das verstehe ich nicht. Das ist die einzige Kritik, die ich an der Stelle an Frau Pusch vorgetragen habe. Dass Selbstzerfleischung keine Option sein darf. So eine Kritik und auch Kritik allgemein ist doch kein Rausdrängen, sondern ein Ernstnehmen meines Gegenübers. Achso, und noch eine allerletzte Sache, auf die ich auch noch reagieren möchte. Alicia hat sich darüber beschwert, dass mein Studiopublikum ihr nicht so wohlgesonnen war. Und auch in den Kommentaren unter ihrem Video haben Leute geschrieben, das Publikum sei nicht objektiv gewesen. Und ja, mein Publikum wird bezahlt. Aber nein, es gibt, das muss man auch erst mal verstehen, es gibt eine Gruppe an Menschen, die sich denken, ich habe heute Abend frei und ich habe Geld und ich gehe in eine Show von Sarah Busetti. Und das müssen wir auch erst mal verkraften als normal denkende Menschen. Aber diese Gruppe gibt es nun einmal. und wir müssen unser Bestes tun, in der gleichen Gesellschaft zu leben. Das ist halt der ganze Punkt. Ja, das ist ein Ding. Ich sage ja immer, dass bitte auch Leute kommen sollen, die die Welt sehr anders sehen als ich, weil ich, klar, natürlich Applaus mag, es aber auch als Problem ansehe, wenn wir immer nur zu... Kostet das Eintritt? Nee, wahrscheinlich kriegt man Geld für den Eintritt, aber auch nur, wenn man dann im richtigen Moment klatscht. Leuten sprechen, die sowieso schon unserer Meinung sind. Ich habe versucht, das zu lösen, indem ich explizit Leute ins Publikum eingeladen habe, die mich nicht leiden können. Die Sache ist nur, ich kann sie ja nicht zwingen und ich kann schon auch verstehen, dass... Äh, ja, du könntest vielleicht sagen, wer nicht im Publikum meiner Sendung sitzt, ist der Blinddarm der Gesellschaft. Das wäre vielleicht eine Option. Man lieber zu veranstalten... Oder klappt das nicht so? Also meine Theorie ist, wenn du Leuten erzählst, wenn sie nicht sich so entscheiden, ähm, wie du es möchtest und denen sagst, dann sind sie der Blinddarm, werden die sich weniger so entscheiden, wie du möchtest. Ganz steile These, aber Zwang funktioniert nicht bei Menschen. Oder angedrohter Zwang. Wenn du Menschen Zwang androhst oder sie moralisch zu irgendwas verpflichten möchtest, funktioniert das viel weniger, als wenn du es auf Freiwilligkeit beruhen lässt. Wann Hugo im Publikum? Ja, ich würde die ganze Zeit so genau falsch klatschen. ...geht von Leuten, die man mag. Aber ich versuche es gerne nochmal. Wenn ihr mich so richtig kacke findet, aber trotzdem eine Aufzeichnung durchsteht, ohne die ganze Zeit, Bosetti, ich hasse dich zu brüllen. Nein, schaffe ich nicht. Wenn jemand komplett dumme Aussagen... Lucy Potter! Wer ist die Frau da? Mit wem redet der Typ? ...nabend. ...nabend? Was geht? Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Sag mal, ich wusste gar nicht, dass es dich noch gibt. Na doch, neulich bei Huch hast du mir einen Sub geschenkt, aber sonst schon ewig hier in diesem Chat nicht mehr gesehen. Schreibt mir, ich habe ein paar Freikarten zu vergeben. Denn ja, sonst entsteht ein Raum, in dem die Sympathien ungleich verteilt sind. Dasselbe kann man andersrum auch in der Kommentarspalte unter dem Reaction-Video von Alicia sehen. Da hassen mich die Leute. Ich glaube, das ist nicht vollständig lösbar, aber solange wir uns fair miteinander umgehend in diesem Raum bewegen und solange das Publikum offen bleibt für Argumente, was sich... Stimmt, ich habe fast ein schlechtes Gewissen. Na, alles gut, nach dem Re-Sub brauchst du das nicht mehr haben. Kapper. Sicherlich nicht alle tun, aber hoffentlich doch einige. Können wir, glaube ich, damit klarkommen. Interessant fand ich in dem Zusammenhang übrigens die Sympathieentwicklung Frau Pusch gegenüber während des Talks, die anfangs ja fast schon mit Verehrung aufgenommen wurde. Und als ich die Diskussion auf den Genderstern gelenkt habe und sie anfingen über die Anzahl nicht-binärer Menschen in Deutschland zu reden, viele so ein bisschen dachten, oh shit, was sagt die denn jetzt? Das war so gut, weil die halt so richtig als Autorität vorgestellt wurde und dann sagt die so auf einmal, ja, und nicht-binär ist gar kein Geschlecht und es gibt auch nur zwei Geschlechter. Und Puschetti und das gesamte Publikum dachte sich so, nein, wir haben die als Autorität eingeladen hier und die als total krass dargestellt. Und jetzt sagt die einfach so so turfmäßige, transfeindliche Sachen. Es war so gut, weil man so richtig gesehen hat, wie der Plan nicht aufgeht. Wenn andere was anderes behaupten, haben sie einfach Unrecht. Haben sie einfach Unrecht. Danke für den Follower. Ich finde das gut. Wie auch immer, Alicia soll nicht die Einzige sein, deren Reaktion ich aufgreife. Deshalb hier noch die schönsten Kommentare von euch zur Sendung. The Happy Boomer schreibt, lass den Feministinnen doch das Gendern ist immer noch billiger als Frauen gleich zu bezahlen. Du unterstellst uns eine Bescheidenheit, mit der wir eventuell nicht langfristig dienen können. Sebastian Domagala 9233 schreibt, na toll, eine Dreiviertelstunde sich was erzählen und das Kernthema nicht mal angekratzt. Werden Baby-Iltisse und Baby-Iltissinnen in Zukunft gegendert oder nicht? Ja, generisches Femininum. Baby-Iltinen. Special Einheit schreibt, wenn ich eine zusätzliche Perspektive einbringen darf. Ich... Soll das... Äh, ich... Ich frag nur, gibt es Leute, die das lustig finden oder soll das gar nicht lustig sein? Ich... Wisst ihr, ich mein, Dekadent ist ein besserer Entertainer. Und zwar um Längen. Dekadent ist 20 mal lustiger. Ich bin Autist. Mir fehlt die grundlegende Fähigkeit, mir vorzustellen, was Menschen meinen. Ich kann nur wahrnehmen, was Menschen sagen. Wenn jemand zum Beispiel Busfahrer sagt, höre ich genau das raus, einen Mann, der einen Bus fährt. Wenn eine Person gemeint ist, die einen Bus fährt, dann sage ich BusfahrerIn. Das Gendern mit dem Sternchen macht für mich und andere die Kommunikation mit neurotypischen Menschen einfacher. Und weißt du, wo mal wieder das Problem liegt? Das Problem liegt da, wo wir angefangen haben, zu weiblichen Busfahrern nicht Busfahrer zu sagen. Da ist der Ursprung des Problems. Weibliche Busfahrer sind Busfahrer und Nicht-BusfahrerInnen. BusfahrerInnen sind Busfahrer. Nicht-Binär-Busfahrer sind Busfahrer. Gender-Fluid-Busfahrer sind Busfahrer. Füchse, die Bus fahren, sind Busfahrer-Füchse. Also Busfahrer auch. Interessanter Einwurf, den ich so tatsächlich noch nicht gehört hatte. Alle Menschen, die mehr darüber wissen als ich, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob das andere Leute ähnlich betrifft. Mein Tipp wäre, der Typ hat getrollt. Rock Thielen, 1901 schreibt, vielleicht muss ich mir diese Folge noch zwei oder dreimal ansehen, um sie ganz zu verstehen, aber bisher hatte ich das Gefühl, dass Sie, Frau Bosetti, in der Gesprächsführung nicht ganz neutral waren. Na, da hast du jetzt aber eine Entdeckung gemacht. Ich habe ja eine Meinung zum Thema und es war nie meine Herangehensweise, die für mich zu behalten. Ich bin ja... Ja, kommt aber dann nicht so gut, wenn man zwei Meinungen einlädt und die eine permanent bevorzugt. Das kommt dann schon komisch, wenn man so einen Talk daraus macht und dann total parteiisch ist. Und dann spricht die, die eigentlich auf deiner Seite ist und die man total als Autorität inszeniert hat, auch noch plötzlich was von zwei Geschlechtern. Das war wirklich gut. Danke für die Forderung. Weil, und ich weiß, das ist ungewöhnlich, es mir nicht darum geht, wer ein Gespräch gewinnt, sondern darum, dass wir am Ende weiter sind als am Anfang. Kai Daniel 1346 schreibt, das war der perfekte Zeitpunkt, den sich die Erkältungsviren je hätten aussuchen können. Welche Bosetti ist die erkältete und welche nicht gute Besserung? Danke. Ich habe immer noch ein bisschen interessante Stimme. Die Antwort ist also, beide Bosettis waren gleich erkältet, aber die, die am Schreibtisch sitzt, haben wir nachmittags aufgezeichnet. Da war meine Stimme noch nicht aufgewärmt, und deshalb ist da ein bisschen mehr Stimmbruch-Alarm. Harry Roden schreibt, Sarah Bosetti zu verdoppeln sehe ich als einen Schritt in die richtige Richtung. Eigentlich war das nur ein billiger Trick, damit ich doppelte. Ich glaube, der Humor ist mir zu hoch einfach. Können wir uns einfach darauf einigen, dass uns dieser Humor wahrscheinlich einfach zu hoch ist? Ein bisschen einfach zu selten. Doppelt bezahlt werde. Also ein teurer Trick. Dirk Görtler schreibt, wenn mehr als 65 bis 80 Prozent der Bevölkerung das Gendern ablehnt, dann ist die Sache vom Tisch. Das nennt man Demokratie. Demokratie bedeutet nicht, dass man dann nicht mehr darüber spricht. Demokratie bedeutet, dass es keine Pflicht geben dürfte, solange keine Mehrheit dafür ist. Allerdings, surprise, gibt es die ja auch nicht. Und nur damit ich es einmal... Naja, es gibt doch Genderpflichten und zwar in Universitäten, Hochschulen und verschiedenen Einrichtungen. Also es existiert keine generelle Genderpflicht auf Bundesebene. Das ist klar, aber es existiert mehr Genderpflicht als Genderverbot. Ich bekomme gerade was zum Essen. Nicht in Bayern. Aber in Bayern gibt es auch kein Genderverbot für die Sprache. Es wird ja immer behauptet, man hätte sich gegen Sprachverbote ausgesprochen und dann doch ein Sprachverbot gemacht. Nein, es gibt in Bayern kein Sprachverbot. ...gesagt habe, ich wäre auch absolut dagegen. Das war die Kommentarspalte für heute. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder bei Bosetti will reden. Bis dann. Schade, dass wir uns das eigentliche Gespräch nicht angeschaut haben. Hätten wir eigentlich machen sollen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, wenn ihr das gerade auf YouTube seht. Ähm, ja. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, sonst seid ihr der Blinder mit der Gesellschaft und schaut auch gerne bei Twitch vorbei. Meine verehrten Zuschauer. chưa simsp자기, das so? 말을 sieht die Kommentare. Also, dass ihr da weil ihr die Leute gesunteert.